Hallo und herzlich willkommen auf EPIC, heute bei uns von Eberlestock, der Halftrack. Der Halftrack ist wie der Ganslinger einer der älteren Rucksäcke oder der Rucksackmodelle von Eberlestock und ist in dem Fall auch tatsächlich das waffentaschenlose Pendant zum Ganslinger, würden wir so sagen. Also quasi wenn man ein Scharfschützenteam hat, der Scharfschützer hätte den Ganslinger mit dem Scharfschützengewehr und das wäre hier zum Beispiel der perfekte Rucksack für den Spotter, der ihn begleitet. Natürlich kann man den Rucksack auch anderweitig nutzen, nicht nur militärisch, da kommt er aber her, aber eignet sich natürlich auch hervorragend für den Outdoor-Bereich, für den Bushcraft-Bereich oder eben auch für Naturfotografen, die große Spektive mitführen wollen oder auch eben, wie ich schon gesagt habe, im Bushcraft-Bereich, wenn ich mein Tarp, Zeltgestänge oder was auch immer mit unterwegs haben möchte. Gehen wir einmal über die Details. Der Halftrack ist ein 35 Liter Rucksack, wir haben hier 60 Zentimeter in der Höhe, 46 in der Breite, das hängt natürlich davon ab, wie voll man die Seitentaschen packt und 20 Zentimeter in der Tiefe. Wir haben ein Leergewicht von 2,8 Kilo, das ist dem geschuld, dass der Rucksack sehr, sehr viel Organisation im Inneren hat, das zeigen wir euch dann gleich, wenn es ins Innere geht. Gefertigt hier aus 500 Dekodura, hier seht ihr ihn, Multicam gibt es natürlich noch in vielen anderen taktischen, lebensbejahenden Farben und das Ganze ist natürlich auch relativ ER-sicher. Wenn ihr euch hier mal die Aufnahmen anschaut, da sieht man ganz gut, dass der Pack relativ wenig reflektiert. Gehen wir über die Ausstattung. Fangen wir am besten mal mit dem Tragesystem an. Das ist bei Eberlestock typisch gehalten. Große, dicke Meshpolster, die sind natürlich bekannt für alle, die Eberlestock Rucksäcke kennen. Wir haben hier ein dickes, fettes Pad im Hüftbereich, dann hier zwei an den Schulterblättern, beziehungsweise über den Rückenbereich, wo hier auch in der Mitte nochmal Luftzirkulation ist und dann hier im Schulterbereich nochmal das Ganze gepolstert, übergehend in die Trageriemen. Die sind 5 mm bis 1 cm dick und auch hier mit Mesh gepolstert. Die Verstellung in der Höhe erfolgt hier über einen Glittverschluss. Das heißt, ich kann hier diesen oberen Bereich der Träger herausnehmen und dann hier versetzen, so wie ich das brauche. Kann man also auch relativ kurz das Ganze tragen. Das wäre zum Beispiel gerade sinnvoll, wenn man mit Ausrüstung unterwegs ist und hier das Ganze nach oben bringen will. Und der Beckengurt wäre auch entfernbar, falls ihr denn sagt, ich möchte gerne ohne Beckengurt unterwegs sein. Der ist hier eingeklettet. Das heißt, auch das wäre möglich. Ebenfalls fehlen dürfen keine, nicht fehlen dürfen die Lastenkontrollriemen. Die sind hier verbaut, sind hier einmal durch diesen D-Ring geführt. Kann man natürlich dann auch rausführen, um ordentlich Zug drauf zu bringen. Ist hier mit einer Leiterschnalle realisiert, beidseitig und natürlich auch ein Carry-Handle im oberen Bereich dick, griffig, gut zu greifen, um den Hucksack eben auch irgendwo hin hieven zu können. Die Schulterträger selbst bieten auf der Außenseite hier D-Ringe, dann ein Laminatstück, das zum Beispiel für den Trinkschlauch zum Halten perfekt ist oder eben auch für Kabellage von Funk. Und ein höhenverstellbarer Brustgurt, der mit einer Fastex-Schnalle zu verschließen ist. Na, so, mit einer Hand dauert das halt einen Moment länger. Okay, dann hier wieder Leiterschnallen für die Größenverstellung der Gurte, 25 mm Gurtband. Und wie es für einen militärischen Hucksack eben auch sinnvoll ist, hier im unteren Bereich nochmal eine 25 mm Fastex-Schnalle, die hier auch eingefasst ist mit einem elastischen Material, Multicam in dem Fall hier, damit das Ganze eben nicht klappert hier im unteren Bereich. Die Hüftflossen selbst haben auch nochmal zwei Reihen Molle. Wir haben hier auch nochmal einen extra Strap, der auch dafür verwendet werden kann, zum Beispiel um den Gurt, der ein Pull-Backward-Design hat. Ich muss gucken, dass ich hier den Rucksack nicht umfallen lasse. Normalerweise ziehe ich das hier so nach hinten, um ihn festzuziehen. Es gibt aber Leute, die machen das auch gerne nach vorne. Da könnt ihr einfach hergehen und hier das Ganze einmal durch diesen Strap durchführen. Und dann könnt ihr natürlich auch so das Ganze nach vorne ziehen. Also auch das wäre in dem Fall möglich. Ansonsten dient es einfach nochmal der Organisation des Gurtbandes. Auf der Front habt ihr hier ein Klettfeld für Patches, dann Laser-Cut-Molle, wie es bei den ganzen modernen Eberlistock-Säcken der Fall ist. Hier in dem Fall für vier Reihen Molle. Ihr seht auch schon hier eine Karte durchschimmern. Das heißt, das ist ein einlagiges Material. Ist zum einen nachteilig für das, was drin ist. Es kann natürlich nass werden. Zum anderen ist es aber natürlich auch ein Vorteil, weil hier auch, wenn da zum Beispiel eine Jacke drin ist, der Dreck oder der Regen einfach sauber abfließen kann. Da passen flache Gegenstände rein. Je nachdem, wie voll ihr das Fach packt, würde hier sogar ein Spektiv reinpassen. Also da ist wirklich dem User überlassen, was er hier vorne noch hineinpacken kann. Ja, dann gehen wir einmal kurz auf die Seiten. Das ist ein sehr spannendes, interessantes Konzept, was hier gebaut worden ist. Ihr habt es ja von vorne gesehen. Ihr habt diese beiden großen Seitentaschen. Die sind aber eigentlich nicht alles. Ich gehe mal, lass uns mal mit der Seite hier anfangen. Hier sieht man es nämlich ganz gut. Ich habe hier ein Stativ drinstecken. Das Stativ steckt aber hinter dieser Seitentasche. Das heißt, ihr habt hier die Wahl, entweder mit der Seitentasche zu arbeiten, mit der Tasche dahinter oder eben auch mit der Trinkblasen- bzw. Flaschentasche hier unten. Da gibt es ganz verschiedene Optionen, wie ihr damit arbeiten könnt. Ich habe es jetzt mal hier so gemacht, dass ich diese hintere Tasche genutzt habe, um das Stativ hier einzuschieben. Ich kann natürlich aber auch sagen, ich drücke das hier flach ran und nutze dann die Tasche hier für irgendwelchen Inhalt. In jedem Fall dieser beiden Optionen wird es hier unten relativ eng. Das heißt, wenn ihr eine Flasche hier außen einsetzen wollt, dann müsst ihr da schon gucken, ob das funktioniert oder nicht. In dem Fall jetzt, wenn es leer ist, geht es natürlich auf jeden Fall. Das heißt, hier passt eine Kantin rein, aber auch eine Nalgene-Flasche. Das sind so die typischen 1-Liter-Flaschen, die hier genutzt werden können. Und dann, wie gesagt, optional, je nachdem, was ihr nutzen wollt, die Stative oder auch hier Zeltgestänge würde auch ohne Probleme hier reinpassen. Aber ganz spannend, eben auch für die Naturfotografie, wäre hier die Option, ein Spektiv reinzupacken. Beide Taschen sind übrigens, also sowohl die von oben, die Einstecktasche, als auch die andere sind mit amtlichem Zugehör ausgestattet. Ihr habt hier Aufhängungen im D-Ring. Ebenfalls auch hier in der Innentasche auch nochmal eine Aufhängung. Da ist aber kein D-Ring mehr zu finden. Das heißt, der Eberle Stock selbst hat im Innenbereich keine größeren Taschen mehr für Trinksysteme. Also da geht ein 1-Liter-Trinksystem rein. Könntet ihr aber hier ohne weiteres an den Seiten große 3-Liter-Trinksysteme einhängen, wenn das denn gewünscht ist, alternativ. Ansonsten ist hier auch nochmal klassisches Molle. Schön hier auch ein Multicam-Gurtband, also Ton in Ton. Und die untere Tasche lässt sich natürlich hier auch nochmal mit dem Zugband eng ziehen, damit das hier bei Bedarf passt. Und ein Kompressionsriemen darf natürlich auch nicht fehlen, um das Ganze eben zusammen zu komprimieren. Dann haben wir on top nochmal ein bisschen Daisy-Chain. Hier schwer zu sehen, weil auch Gurtband in Multicam. Und nochmal ein Klettbereich für Patches und ebenfalls nochmal Daisy-Chain zwei Reihen. Das haben sie wirklich schön gemacht, weil das hier natürlich sehr schmal und schlank ist. Und dann eine größere Tasche, die für eine Regenjacke oder eine warme Jacke nochmal wie gemacht ist. Hier könnte man auch eine 1-Liter-Trinkblase reinlegen, denn hier oben wäre auch ein entsprechender Durchlass. Das heißt, dieser Durchlass geht in das Hauptfach rein, aber auch in dieses obere Fach. Also könntet ihr hier auch mit dem Trinksystem hier oben arbeiten. Ansonsten gibt es da keine weitere Unterteilung. Das Hauptfach lässt sich über einen Frontzugriff realisieren. Ausschließlich oben gibt es keinen Zugriff. Das heißt, hier kann ich einmal aufklappen, habe dann hier auch komplett meinen Inhalt im Zugriff. Ich hole mal die großen Brocken raus, dass man das auch hier schön sehen kann. Die Flap selbst ist hier mit einer Daisy-Chain-Molle versehen. Das heißt, auch hier kann ich wieder Molletaschen anbringen oder eben auch andere Taschen befestigen. Und dann habe ich im Innenbereich hier eine Trennwand. Das heißt, ich habe einen oberen und unteren Bereich, um zum Beispiel unten einen Schlafsack unterzubringen und oben halt andere Ausrüstung. Ich kann hier aber auch diesen Bereich auftrennen mit Klett und habe dann natürlich hier die komplette Fläche, um das nutzen zu können. Um euch jetzt mal diese ganzen Innentaschen zu zeigen, drehe ich ihn einmal kurz auf links. Im Hauptbereich habt ihr hier oben eine Trennwand aus Mesh, die hier geeignet ist, beziehungsweise dafür gemacht ist, zwei Fächer abzugrenzen, die zum Beispiel für eine 1 Liter Trinkblase genutzt werden können. Hier könnte man natürlich auch andere Gegenstände unterbringen. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, das Trinksystem ist außen für 3 Liter Blasen geeignet und hier drinnen halt eben nur für zwei kurze. Ich kann hier natürlich auch andere Ausrüstung unterbringen, wenn ich das möchte. Aber das wäre auf jeden Fall die Option. Darunter liegend habt ihr nochmal zwei Reihen Molle und hier zwei gleich große Einschubtaschen. Die setzt sich auch an den Seiten fort, nur hier sind die Seitentaschen etwas größer. Das heißt, ihr kriegt hier eine Kantine oder hier so eine Wildhofflasche unter und auch nochmal Molle zur Organisation. Oben drüber sind drei Einschübe. Die beiden äußeren Einschübe sind für Pistolenmagazine oder Knicklichter geeignet. Von der Größe her seht ihr hier zwei Knicklichter passen da rein oder eben halt ein Pistolenmagazin. Und das in der Mitte ist von der Größe her genau passend für ein AR-15 Magazin. Ihr seht einen Haufen Organisation im Innenbereich. Das heißt, da sollte jeder sein ganzes Gear unterbekommen. Dann packen wir den Pack einmal wieder zurück auf den Normalzustand. Eins bin ich euch noch schuldig geblieben und zwar das Tragesystem wird natürlich durch eine Polymerplatte hier verstärkt. Das ist das Gossamer Frame. Das ist bei Eberlistock auch bei vielen anderen Packs noch im Einsatz. Und zum Schluss, die Unterseite haben wir auch noch nicht behandelt. Auch hier hat man wieder Daisy Chain Molle eingesetzt, um hier Gewicht zu sparen. Hier gibt es nochmal eine Tasche, wie auch beim Ganzlinger. Nur hier ist das Raincover auch mit dabei. Ist hier mit einem Haken gesichert. Kann also auch nicht verloren werden. Kommt jetzt hier in Coyote. Hat hier auch nochmal Bänder zum Sichern. Und lässt sich dann auch über den ganzen Pack ziehen. Inklusive der Stative. Um hier eine Regensicherheit zu gewährleisten. Perfekt gelöst. Der Eberlistock Halftrack ist nicht umsonst immer noch im Programm bei Eberlistock, obwohl es ein älteres Modell ist. Hat immer wieder Upgrades bekommen in Form von Laser-Cut-Molle und so weiter und so fort. Aber hat sich in den Jahren immer wieder bewährt. Die tolle Organisation, die perfekte Größe und hier auch die Möglichkeit nochmal ganz schnell hoch zu skalieren. An den Seiten mit diesen Modultaschen. Perfekt gelöst unserer Meinung nach. Ihr bekommt den Eberlistock Halftrack überall dort, wo man Produkte von Eberlistock kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr noch einen Gutscheincode, wo ihr die Eberlistock Packs günstiger erwerben könnt. Was sagt ihr zum Halftrack? Vielleicht habt ihr ihn auch selber schon zu Hause stehen. Schreibt es uns mal in die Kommentare. Gerade auch gerne, wenn ihr ihn militärisch nutzt. Würde uns sehr interessieren. Ansonsten will man an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye-bye.